So, bitte alle die Masten richtig auflassen. Wir legen los, wir starten. So, los geht's hier. So, es ist ein schönes Locker von On-Ride hier. Wir sind hier von unseren Neulingern an Bord. Was hat er gerade? Ein bisschen warmschaukeln, ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen vorn, zurück und so. Ich wollte gerade sagen, was du denn da warst. Ist das ein Schlüpfer, den du da rumwedest? Das geht so komisch aus den Fetzen. Was? Was hast du denn tun? Los, komm, scheißegal, Karl. Ich mach den Mundschutz drauf da. Los, los, los! Warum schreit ihr? Brakelein, Junge, ist immer noch geil, ey. Ich habe gerade richtig Bock auf On-Ride. Hoange zu Sange es wird. Ich war da nie so wie bei mir. Ich wende dieTransformen. Ja, super! Tiefe. Ich war da nie. Hm, ich zeige. Ja, ich weiß, was. Wien, Sie haben die Kr Ize? Die Kr- ich weiß. Wien, Sie haben die Kr Ize? WIPS, Glocken Schuss, WIPS, WIPS! WIPS, WIPS! WIPS, WIPS! WIPS, WIPS! Ich habe es dir nicht so. Es ist so. Ich bin jetzt auch ein paar Dämpfe. Musik 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 Wow! So, halbieren wir uns jetzt in der Ausdauern. Alles noch valentisch bei uns, Freunde? Ja! Oh, das ist normal. Schülpfer hat er auch weggepackt. Da geht es auf uns, da geht es auf uns. Jawoll! Vielen Dank. So, das war's für unsere Beuven. Seid ihr noch fit? Ja! Einmal, ne? Ja, nochmal! So, wie noch geht, baby? Einmal, einmal, baby. Nichts, nichts, nichts. Einer, geht noch! So, Ende aus, vorbei, game over. So, haben wir's geschafft hier, hm? Zu meiner Seite mit der Aussteiger.